hallo und willkommen zu einem weiteren video von lpfreerider 16 ja heute spiele ich wieder mal ein bisschen trackmanian nations forever unschwer zu erkennen ich fahre hier auf einem server namen weiß ich jetzt gerade nicht muss ich nachher kurz anschauen wir heißen der dm hall.com all styles also ein bisschen technik und so wird schon alles dabei sein ja das wird so eines beatmaps sein denke ich nicht gerade aber technik ja würde ich sagen ja heute sind wir wieder dran mit den fun cars aber dieses fun car ist nicht so gut es ist ein smart aber zum fahren ist es nicht geeignet denn man sieht kaum über das auto drüber ja wie lange denn noch wohin geht es ja ich muss erst die strecke anschauen dann kann ich ein paar informations dazu geben wo geht es da neben vorbeigesprungen war und wieder rein wohin 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 okay da da geht es das ziel und jump ja okay gibt es hier keine andere sicht da nehmen wir diese diese schock gut aus die 1er sich ja gegen die wand hier also am anfang einfach sehr wichtig den schwung mitzunehmen wo ich habe zwar kurz die bande durchiert aber dafür kommen wir hier besser rein ein bisschen driften nie schlecht 48 100 vorne und da können wir es vergessen sehr schön und jetzt weiter rechts und sehr nice durch gekommen bremsen bremsen nein zu spät auf das gas gedrückt gibt ja nicht sehr gut sehr gut um die kurve um die kurve um die kurve keine bande durchiert und jetzt sind wir in der wand ja jetzt geht es wieder nach rechts rein vom gas weg jetzt aufs glas drauf schweck und durch das gras hat uns das heck weggezogen von unserem smart auto ja wo abgehoben back das war ein epischer lack und ja das war das erste rennen würde ich jetzt mal sagen denn wir haben nur noch circa 20 sekunden und da geht sich nichts mehr aus ich warte einfach mal auf die nächste strecke ab und werde mich dann wenn das ein hier fertig ist bei der nächsten strecke wieder melden ja wir sehen uns bei der nächsten strecke ja wir sind zurück auf einer neuen strecke des dm hall all styles server das ist eine neue strecke die geht vier minuten ok hier muss man den schwung nehmen gesagt doch jetzt trifft sich schon mal rein ach ob sich das ausgeht da ach knapp schade aber egal jetzt höre ich mal aus trifft rein trifft rein jawohl sehr nice gejumpt und da haben wir die bande schon durch ihr egal okay jetzt runter oder jetzt rüber aber daran wahrscheinlich oder sehr nice sehr nice charme runter was jetzt wo er lag und runter mit ihm sehr gut sehr gut genommen hätte ich gesagt und wieder driften da komme ich sehr gut jetzt nicht man das war nicht gut okay da muss ich länger driften ist mir aufgefallen wie klack war das im moment okay jetzt rein rein zu viel gedritte glaube ich ich bin nicht gut um die kopf jetzt hole ich aus und trifft rein wo da schade sonst wäre es ziemlich gut geklappt geworden und schon sehr gut sehr gut sehr gut und in die mitte durch bremsen darüber wo epic epic heute geht zwei und um die kurve kurve zu stark gebremst aber naja und das mal wird das schon auf aushalten und wir fahren easy ins ziel 13 der platz pro server aber kann nicht damit leben mal sehen ob ich mich verbessern kann nach zu stark wahrscheinlich getrifftet kann ich nicht machen ach schade egal ich muss einfach probieren hier innen zu bleiben zu bleiben boah boah dafür kommen wir hier sehr gut raus ich glaube ich spinne oh sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ach schade aber sonst wäre es gut gewesen sonst wäre es wirklich gut gewesen dann boah da bin ich jetzt stark rüber gekommen zwar 27 hunders linden aber egal und brems ah bande durchschied ok ein versuch geht sich raus einer geht sich noch aus einer geht noch einer geht noch mehr jump und breakdown breakdown und sehr nice sehr nice um die kurve gekommen oh jump bande durchschied aber egal und wir sind stehen geblieben ja ich glaube wir sind so 20 stadt platz oder 21 stadt platz ja kann man damit leben ja wir sehen uns einfach auf der nächsten strecke bis gleich ja hallo zurück und zu der dritten strecke mit meinem smart mini ja ich bin auch zum ersten mal jetzt auf dieser strecke da kann ich daher kann ich nicht so viel dazu sagen ach zu fest gedriftet schon mal aber ja egal oh sehr nice und dritte im ziel wir sind zwar siebter aber das passt schon ok ja hier geht es rechts rechts jump jump wieder rechts 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 jump rechts driften driften ach zu fest gedriftet aber egal hier driften wir ah zu langsam egal ja zehnter platz ist uns schon mal sicher bis jetzt ja mal sehen was ich da noch machen kann ja das war jetzt gut getrifftet ah schon wieder ein bisschen zu fest ich hole jetzt hier mal schwung und runter das war jetzt gut getrifftet muss ich sagen da habe ich ein bandet das hier da war was jetzt schon sagt sind da wo da muss ich aber jetzt mal einen gang zulegen jump und driften und rechts rein oh das war jetzt nice würde ich sagen oh oh sauber sauber gut gut links 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 rechts driften driften gut sind wir dazu gekommen noch mal einen kurzen drifter ah da habe ich sehr gut sehr gut sehr gut rein 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 und ins geht neunter platz neunter platz da ist noch eine steigerung dahinter oh da sind wir jetzt sehr gut um die krufe gekommen jump und sofort wieder rein mit meinem smart breakdown boah sehr gut eine hundertstel vorne sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut trifft trifft und gas gas jawohl boah das war sehr gut ja fast da habe ich zum schluss noch einen bock geschossen ach bande duschiert da können wir gleich mal aufhören so das sind wir gut um die kurve gekommen mit meinem smart wo diesmal in die kurve reingesprungen und da sind wir 87 hundertstel vorne und das war nichts aber egal naja mal sehen wow epic back back nicht back aber egal oh und mit unserem smart sind wir an das ding gefahren und wieder bande duschiert fangen wir lieber noch mal von vorne an oh senni senni ist um die kurve gekommen zehnhundertstel sind wir noch vorne bremsen rein neunhundertstel vorsprung breakdown ah keine bande duschiert keine bande duschiert das können wir alles noch aufholen brick und nein das geht sich nicht mehr aus egal wie viele sind wir 13 ein paar lp punkte werden wir doch noch schreiben und ja ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns einfach beim nächsten video von lp-freeride 16 ciao